hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge 7 days to die ich habe gerade nun mal ein paar sachen wieder ins fahrrad gebracht drei slots haben wir frei ich habe einmal das rüstungsteil repariert brustpanzer 6 haben wir schon na gut aber war ja nur alteisen dann können wir verkaufen die kiste habe ich geöffnet hat einige dietriche gekostet fand ich ganz schön unverschämt aber ich habe noch nicht reingeguckt ein buch schraubenschlüssel qualität 2 also wir hinken so sehr hinterher mit dem was wir finden im vergleich zu dem was wir selber herstellen können das wasser nehmen wir mit das sieht doch verdächtig aus jetzt habe ich wieder eisen aufgehoben da habe ich gerade noch eine tasche gesehen und die schuld ja ich glaube wir gehen jetzt zurück ich muss noch irgendwas wegschmeißen hilft alles nix ich würde sagen wir verabschieden uns weiß ich nicht von den kartoffeln ach komm hier von dem benzin hatte ich nicht noch irgendwo was wir jetzt können das weiß wir gleich ja hoffen ja und wenn man hat mich noch irgendwo schon abonnen da die kriege ich nicht mehr ach jeden teilen die können wir natürlich schön verkaufen also das eisen weg so noch mehr sachen das kann doch nicht wahr sein z der mal aufspiel ich meine höre nicht auf gibt mir mehr das war kurz überlegen ich das repariert dass das auf dem moment reparieren reparieren repariert so weg hier nix wie weg hier tschuldigung komm schon nicht so nervös du schaffst das ist noch früh wir haben noch alle zeit der welt bevor die zombies uns verhauen nächste horde nacht oh god das wird furchtbar hören das wird furchtbar hören und tschuldigung ich kann es nicht mehr abbauen weil ich keinen platz habe tut mir leid nein die hühner sind evil das wissen wir spätestens seit minecraft die haben grong umgebracht die 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 schaufel 5 wir haben 1 schaufel 4 ok da weiß ich schon was wir gleich nehmen so das darfst du haben das darfst du haben das darfst du haben das darfst du haben das darfst du auch haben die schaufel würde ich dir gleich verkauft den hätte ich vielleicht trinken sollen naja egal ich kann ihn ja verkaufen ich benutze es ja eh nie ne ach weg damit das brauchen wir das kann weg das kann weg machete kann weg eisenbrecher oh den will ich mal behalten gewehrteile das will ich behalten und das kannst du noch haben ich glaube jetzt haben wir alles verkauft ne nochmal gucken stahlspeer behalten auf jeden fall militär rüstung maschinengewehr gewehr stahlwerkzeug ok ich freue mich immer was habe ich denn nein ach Gott ähm verändern so die mods raus abschließen ja da bin ich tausend so jetzt kriege ich die eisenschaufel und ich kann mir noch meine mitarbeiter des monats Belohnung aussuchen dartfallenpaket oder ein ackerbaupaket eisenrüstungspaket ist besser als alteisen nehme ich mal nur welche stufe oh Gott ich bin überfordert ich möchte alles haben ich möchte die ich möchte das fallenpaket ich möchte die eisenrüstung dartfalle brauche ich bestimmt strom für vermute ich jetzt mal dukes haben wir so auch genug also ackerbau oder eisenrüstung risiko 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 würde ich sagen oder das bestimmt aber nur stufe 2 oder 3 mit ackerflächen und zufälligem saatgut ne das bauen wir ich versuch's ich versuch's äh handelsroute öffnen da habe ich mir trotzdem das ist eine einzige falsche was ich mir schon mal das habe ich schon mal die mitte sagt sie mir das jetzt jedes mal so öffnen stufe 3 ok hat auf jeden fall schon mal mehr Rüstung als die heute jetzt haben das hat weniger das hat auch weniger Stoffe zerlegen, super. Wir tragen jetzt mal die Eisenrüstung. Wie sehen wir denn jetzt aus? Sehen wir cool aus? Ja, geht so, ne? Der hat weniger Rüstung. Soll ich die Eisenrüstung? Soll ich die Eisenrüstung? natürlich nur zwei slots rüstungswert plus einer der auf jeden fall und wir machen wir wieder ein bisschen weniger obwohl er mit dem schleichen da taucht eh nie die schleichen wenn ich die auch habe ich aber nichts für was nein hallo ach da kriegen da noch hin zack abschließen wir sehen doch voll cool aus oder ich finde schon 500 400 hat sich doch finanziell gelohnt dann verändern Totengräber Abnutzung gegen Eisen das brauchen wir nicht das hier verändern das ist gegen Stein jetzt wollen wir noch gegen Eisen und zack die finde ich behalten so hast du irgendwas was total sexy ist was ich kaufen möchte äh äh mhm nein nein so eine Betonwischung ist so teuer mich interessiert mich interessieren ja auch eher ähm vernünftige Werkzeuge ja das bringt mich alles nicht weiter weil ich es nicht benutzen kann ja ich würde sagen da ist nichts zu kaufen ne ne sorry Medizin wird nicht verkauft oh das Wetter wird schon verflicht äh bicycle der Helm oh man ey der ist schon ja nicht für dieser Bild unsere wunderschöne Polizei äh Feuerwehr Polizei wir sind noch nicht mehr weit davon entfernt kommen als nächstes die Demolition ich habe die Demolition waren es ne das wollte ich gerade sagen das sind die Demolition aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher so wir haben neue Kisten ähm da habe ich jetzt mal angefangen so Sachen reinzuschmeißen die vielleicht für Fahrzeuge oder so interessant sind warum mache ich das eigentlich mal von Hand ich weiß es doch auch nicht ach schon 25.000 wir sind effing rich ne muss man ja muss man ja mal sagen muss man ja mal sagen das muss man nicht aber ich will sagen das rein Verbände haben wir noch so Kaffee machen wir später ach das Bier habe ich wieder nicht verkauft wo hatte ich denn die Handschuhe da ok 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 essen so wir brauchen Munition die in der Kiste ist also nicht in der anderen so so nehmen wir genug mit wir nehmen mehr als genug mit die nehmen wir auch mit den Bogen können wir eigentlich auch wieder ich weiß gar nicht ob wir den überhaupt noch mitschleppen ähm ja warum ein Risiko eingehen ne so Holz bräuchte ich noch ein bisschen ähm hallo oh Gott du hast noch Zeit Jugo alles cool ähm Eisen nehmen wir mit so jetzt wollte ich mal eben das so 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 wir werden jetzt noch reichlich essen und trinken noch mal leer und ja kein Wasser verschwenden oh Gott so viel Zeit habe ich gar nicht mehr äh benutzen Wein Kaffee raus den trinken wir gleich noch den Kaffee wo es raus geht äh und dann darf er noch was rein oh Reparatur geht's Reparatur geht's wo sind sie wo sind sie oh Gott wo habe ich sie da ähm egal nimm alles mit so rüber hier hat nichts zu unserer Party zu spät das wäre ja noch äh Katastrophe so wir sind jetzt boah 19 Minuten in der Folge ja ich denke dann werden wir die Horde Nacht in der nächsten Folge machen Pfeil ansonsten wird es jetzt wieder übertrieben lang vielleicht hier noch mal noch rum so dann wird sich zeigen ob das eine gute Idee war das hier so gut zu glauben vielleicht bringt uns das Riesenärger ein aber ich weiß es nicht okay ich weiß es nicht so machen wir jetzt noch eben die Zammenswekte hier schießen wir erstmal daneben auf 5 Meter ja dann haben wir jetzt heute eine ziemlich kurze Folge ich bedanke mich fürs Zusehen ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag passt auf euch auf bis zum nächsten Mal macht's gut ciao hör ja nein Untertitelung des ZDF, 2020